Hallo und herzlich willkommen zu Into the Breach. Mit diesem Video liefere ich euch einen Achievement Guide für die Squad Steel Yudoka. Sollte euch das Video gefallen, dann lasst doch ein Like da und wenn ihr weitere Achievement Guides oder Playthroughs von Into the Breach haben wollt, dann abonniert doch den Channel. Das erste Achievement ist Mass Displacement. Dieses kann man nur über den Sitchmack erreichen und man muss einfach eine Situation finden, wo man auf ein Feld schießen kann und drei Gegner drum herum stehen und diese somit verschiebt. Das nächste Achievement ist Unbreakable. Das ist viel schwieriger. Dazu benötigt man Mags mit Armor. Der Yudu Mag bringt schon mal Armor mit, was sehr gut ist, aber mit ihm alleine wird es recht schwierig, das Achievement zu schaffen. Sollte man aber in einen weiteren Mech Ape reinsetzen, der auch eine Armor mitbringt, wird es schon viel einfacher. Man muss nun in einem Kampf insgesamt fünf Schaden von Gegnern durch seine Armor absorbieren. Das heißt, man muss sich in einen Angriff von einem Gegner stellen und den Schaden dadurch absorbieren. Am leichtesten, wie ihr vielleicht im Video seht, ist es, wenn man sich in den Weg von Firefly stellt. Das dritte Achievement, Whitting Allies, wird sehr gut unterstützt, wenn man die Weckhormons komplett ausbaut und somit Gegner an anderen Gegnern plus drei Schaden machen. Das Ziel des Achievements ist es, dass sich vier Gegner selbst in einem Kampf töten. Das ist extrem schwierig, man muss das fast ein Setup dafür machen. Wie ihr auch hier seht, ich lasse hier einen Haufen Grid-Schaden zu, obwohl es gar nicht notwendig wäre, nur um das Achievement zu erreichen. Und man muss es einfach schaffen, Gegner so zu verschieben, dass sie sich irgendwie treffen und vor allem auch dabei töten. Das war's schon mit dem Achievement-Guide zu den Steelio-Dokers. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir sehen uns dann zu weiterem Achievements-Guide. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.